Ich hab heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angegrapscht. Da hab ich ihm eine geknallt. Und jetzt? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angebracht. Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angebracht. Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angebracht. Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angebracht.